Hast du dich auch gut umgesehen? Hast du Ideen gesammelt, was du hier alles machen wirst, wenn der Ort dir gehört? Rächter! Ich habe mein Gelübde widerrufen! Ich wollte nicht herkommen! Ich schwöre es, Rächter! Ich habe sie gedrängt, euch aufzusuchen. Ich hab's ihnen gesagt! Und zwar, dass ihr es ihnen erklären müsst! Was denn erklären? Das Fell! Wir werden gehen. Miesi, heilen! Juhu! Lass, du bist ein Liesbester! Lass, ruhig, was du weißt? Ihr Beste! Warte, du! Hör auf, sie mit roher Gewalt zu bekämpfen. Sie sind stärker. Du musst schlauer sein. Du wirst uns zu ihnen bringen. Nein. Du wirst uns zu ihnen bringen. Oder du endest wie dein Freund in diesem Käfig. Du denkst, du bist furchterregend? Org-Kinder haben Haustiere, die furchterregender sind. Wir wollen keine Furchterregen, Garona. Wir versuchen, unser Volk zu beschützen. Unsere Familien. Wenn du uns hilfst, schwöre ich dir einen Eid. Ich schenke dir die Freiheit. Ach, es tut so gut, wieder Bäume zu sehen. Ja, und den Schnee. Selbst aus der Ferne. Weißt du noch, wie wir Blutochsen jagten? Auf den Forstwind klippen. Es gab immer Fleisch. Immer Leben. Findest du es nicht auch seltsam, dass wir unsere Heimat verloren, als Gul'dan an die Macht kam? Ein einzelner Org kann nicht eine ganze Welt vernichten, Dorotan. Bist du sicher? Sieh dich um. Erinnert dich das nicht an etwas? Überall, wo Gul'dan seine Magie einsetzt, stirbt das Land. Wenn unser Volk hier heimisch werden soll, mein Freund, muss Gul'dan aufgehalten werden. Wir sind nicht mächtig genug, um das zu bewerkstelligen. Nein. Nein. Aber mit der Hilfe der Menschen könnten wir es sein. Jahrelang herrscht in unserer Welt Frieden. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Rückzug! Spür diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen. Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag. Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen. Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Warum seid ihr hier? Um unser Volk zu retten. Können wir ihm trauen? Das sind Bestien. Die gehören allesamt vernichtet. Bist du dir ganz sicher? Wir beschützen das Königreich. Du und ich. Du stellst dich auf die Seite der Menschen. Gegen dein eigenes Blut. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Wahl. Wir greifen an mit voller Stärke. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt! Das ist gut. Jetzt müssen wir. Was auch immer du vorhast, dass unsere Leben als Kriegs guides sind. Wir gehen. Es ist nicht so weit. Wir gehen. Wir gehen.